Wenn es da werfen würde, ihr würdet da unten einschlagen. Ich hab mich schon angezeigt. Alter, schon wieder Texamai und the last one. Fickt euch doch. Wer? Texamai, the last one. The last one? Wer ist the last one? Necrunch. Ist sie eigentlich auch die Gegner, gegen die wir gespielt haben, oder was? Keine Ahnung. Konstantinopel ist auch dabei. Bellica Support. Hält man den mit, Lamer? Hey, wie ist das? Du? Ich hasse ihn, Raubi. Oh, schon wieder Revenant? Ich will immer Severok sagen zu Revenant. Wegen Rev und Seth. So, ey, ich kann Stealsupport aber überhaupt nicht, ne? Sag ich euch direkt. Ey, du musst einfach nur Defensive spielen bis Level 6. Ja, da, finde den Fehler. Die Deffen, Alter, du engagest. Du hast Q und Rechtsklick. Sobald die Gelegenheit da ist, auch gleich aus der Shadow-Wall oder hin. Komm mal gucken. Aber Level 2, du warst bis sie gestunt hatte, irgendwie dein Zufächt, und dann gehst drauf. Ich will nicht drauf gehen. Wunder nicht. Wenn ich Level 2 bin, dann crash ich da voll rein. Achso, warte mal, ich hab ja hier mein Crest. So. Ne, hä? Hören wir noch was? So, jetzt. Kommen wir da mal rauf? Nö, nö. Wir haben zu wenig Minions. Erstmal die Schieße. Kamera kommt nach links. Kamera kommt nach links. Ja, danke. Kamera kommt, Kamera kommt mit, ey. Ähm, Last One hat auf jeden Fall keine Healpots mehr. Falls jemand mal nach links move'n möchte. Gehst du jetzt Base, oder was? Nö, nö. Nee, ich bin jetzt David. Wenn du willst, kommen wir linken. Okay. Ja. Go! Lol, ich hab sie gestunt, sie hat nicht gestunt. Mehr geht nicht. Okay. Geh raus. Oh, schade. Freeze hier, freeze hier. Schade, Timo. Ja, jetzt müssen wir, wir müssen eigentlich wieder freezen, oder reinpussen. Dull. Ich hab kein Mod. Nein. Ja, komm zurück, komm zurück. Die pushen jetzt. Komm zurück. Gold müssen wir machen. Ja. Wollen wir das an Bord, den ich angezeigt hat. Der Supporter geht weg. Der Supporter geht weg. Ja, ja. Nein. Okay. Ich charge ihn gleich nochmal an. Nee, nee, wir haben keine Minions. Warte, warte, warte. Ja, dann freeze ein bisschen. Ja, mal freeze hier. Aber er muss Base gehen. Du kannst ihn so farmen. Kannst den Greenloaf nehmen, zum Beispiel jetzt, wenn er Base geht. Der Marrow könnte nach rechts kommen, gell? Ja, kommt, lass back, Timo. Ich bin oben und hab nix mehr. Ich wollte ihm jetzt nicht den Gold überlassen. Ja, aber ich kann nicht fighten. Oh Gott. Dann muss er Jungler kommen. Wer ist denn Jungle? Ich geh aber ins Base. Ich muss Camp machen und dann Base. Jetzt will ich mein Item kaufen. Der hat den nicht bekommen, ha? Ich sterbe jetzt hier. Ah, fick dich doch. Ich dachte, der ist Base gegangen, der. Nee, ist er nicht. Doch nicht. Ja, dann hätte ich den nicht gemacht. Ja, der ist unter dem Tower geblieben. Der war so lau. Naja, der kommt dann aber einfach mit Recht. Ja, der hat der genau gesehen. Alles, was du machen kannst mit Riktor ist mega gut. Mit Seth und Riktor kann man den eigentlich am geilsten klauen. Du lässt den Gegner den machen. Und dann holst du den mit deiner Kette. Nee, nimm die Wave hier. Nimm die Wave mit. Nimm die Wave mit. Nee, ich zimmel deine... Nimm die Wave mit. Nimm die Wave mit. Nimm die Wave mit. Riverbox sind 10. Die machen jetzt Gold. Ah, lass die Gold machen. Das kann Sammler machen. Riverbox sind nicht richtig. Wie? Wie hat der denn jetzt 10 Farmen mehr schon? Der hat besser gelassen, der Bells. Der Cheatet. Der Bells aber. Der Cheatet. боio und die Mo drauf ja. Gau nie, das wird Tommy. Kann halt nix machen gell. Bin komplett oben und fast tot. Ok, raus. Da kommt Chimera. Ich bin dabei, rätt? rechts als mit langen ja dann gehe ich wieder in die mitte ja du hast noch keine lustigen drei leute machen ich bin ja mal wieder hier allein auf der lane aber wie jetzt zwei wie so ein altes ehepaar so die mal wenn jetzt hier bist dann quatsch da rein warte ab wie viele minions haben wir denn hier 1 1 1 1 1 fängt an zu zählen wie viele werden wir jetzt wieder ich wäre jetzt noch mal da ich denke es ist Mist auf die carry auf die carry ah fuck ah die hat mich gebimst go 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 Achtung in der Mitte Digga raus was für raus was fürn raus raus alter Achtung in der Mitte ich bin mit ich war ganz vorne und dann war ihr hinter mir und dann habe ich gesagt raus ja weil mich die belliger gestunnt hat ich muss erstmal wieder ja so und ich habe meinen meinen rechtsklick auf die belliger gemacht aus Versehen anstatt auf den ref und da war schon vorbei genau hättet ihr entweder alle auf die belliger gehen müssen aber wie uns die realität bewiesen hat war es nicht vorbei weil wir einen kill geholt haben Wurde 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 Achtung in der Mitte da kommt immer noch wahrscheinlich der ok Können wir die nochmal hier die konkubine her go 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 Dimo Alter Leute weg 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 dann weg entweder nimm den ref äh ne der ist gold buff ja der ist besoffen ich verstehe nix ey ich verstehe nix ich verstehe nix der war nicht der war nicht wie er mich da ablenkt kann man in der Notarzt schon mal rum ja ich bin krassiger ich kann mich selbst krass komm da ja lass mal nen tower pushen ja das heißt mir egal ich mach mich jetzt erstmal level 5 äh 6 gold buff spawnt bald ja im dick im green buff in 14 sekunden ich hab kein mana mehr wie schnell hat der denn jetzt gemacht was hat denn der crunch für nen damage output nen krassen ja ja passen ich bin schon am toll so leute warum gehst du denn da runter jetzt da die 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 witzer hat hast du сил wird alle wurde gemacht weißt ich habe ich an Oh mein Gott, habe ich ihn noch playt, Alter? Ich muss weg. Ach, kommt noch eine Minim wave. Ich hab nichts ready. Geht ran. Duolane, move nach innen, Mitte. Ich move mit. Ja, ja. Ich geh nach links. Heile dich. Aber da kommt noch wer aus der Mitte. Ja, die ist glaube ich weg. Ich habe zwar noch Ult, aber die spare ich nicht. Ja, der Kai war noch irgendwo. Pass bitte auf, Demon. Ruhr Buffs sind 10. I'm on my way. Oh, Mitte wird gequiesel oder was? Wenn die jetzt da einen Pick holen, haben die einen Raptor. Ich move in die Mitte. Ich komme. Demo, bist du ready zu irgendwas machen? Ich muss die Minions hier rauskriegen. Okay. Grunt ist weggeportet. Der steht hier nicht mehr. Wir sind hier am Raptor. Ich bin da, Demo. Ah, jetzt hilft. Schade. Jetzt reicht's, jetzt reicht's mir alles. Nein, ich wollte E drücken. Egal, drauf hier. Da kommt eine Kamera. Oh, nee. Okay, dann raus. Oh, der Lanza ist auch da. Ja. Demo, da ist jemand klar. Alter. Oh mein. Oh nein. The body blocked. Das war ja Fail. Ja, absolut. Hä, shit. Wasted. Okay, links. Ah, der push jetzt in meinen Tower. Ich muss back in. Äh, ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg schon. Äh. 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 Ich geh weg schon. Äh. Äh. Loll. Der hat mich geultet, der Flicker. Oh, nee. Ich hab kein Mara-Ult abbekommen. Aber du hast ja gesehen, wie alle weg sind. Wieso bist du denn an der Ring? Okay, ich dachte nicht, dass die mich so krass stunnen können. Dass ich mit meiner Q nicht mehr rausscharten kann. Oh mein Gott. Der macht mit einer Wave bekommt er den Tower hier down. Das ist so ungewohnt. Ich spring die ganze Zeit und probier meine Attacken zu machen. Und das geht ja hier nicht. Sucker. Brauchst du längst Hilfe? Ja, okay. Boah, die porten hier alle weg. Last of one is half, unter half. Oh boah. Der rennt schon von mir weg. Komm, lass farmen. Wir haben auch einen Gold-Buff. Das bringt uns mehr gerade. Äh, der rennt von mir weg. Quatsch, komm ich halt niemals hinterher. Das kommt mal voll. Ja, mach. Die kommen die nach links. Auwi, auwi nach links. Äh, rechts meine ich, rechts. Hilfe. Komm, dass wir Gold machen. Quatsch, ich... Okay, du wirst. Der ist weg. Die sind jetzt am Gold. Hat der geflasht? Kann die gleich ulten? Ja. Hat der. Ja, lass die sich mit dem Gold-Buff zu sehen. Jetzt ult ich sie. Oh, der hat sie gemacht. Hau sie um. Wegst du sie? Sonst muss ich sie killen. Okay. Hast du noch Sonic? Ja, aber... Näh, muss er kommen. Guter Job. Guter Job. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Links ist Miss. Vorsichtig in der Mitte. Oh ne, der ist hier irgendwo gewesen. Ich hab noch keinen Flash. Ich kann halt nicht über die Hälfte eigentlich gehen. Wenn ein Gamera Crunch kommt, bin ich tot. Flugsmatrix bauen? Ja. Ja. Im Jungle? Äh, Rektor? Will ich mal um? Okay. Da im Jungle. Bachi, dann sag ihm doch, dass du da mit ihm entgegen kommst. Bachi schläft schon. Wer kommt hier? Der Bachi war mit dem... Der Bachi war mit dem anderen Jungle hinterher. Ja. Wir können auf den Kameraden gaitchen, Kameraden. Hier. Dann holt euch. Go, Demo! Bleib hinter der Wall, bleib hinter der Wall. Alter, wie knapp, ey. Aber gut, guter Pull. Aber die haben gut kassiert. Und jetzt noch ein aufgeladener Rechtsklick. Oh, ne. Oh, ne. Hast du einen Haken? Einen blauen. Äh, zwei Sekunden noch. Alter, macht der Schaden. Drück der Bellica nochmal ein bisschen aufgeladene Rechtsklick rein. Wo ist der Bastos? Howie kommt nach rechts. Howie kommt nach rechts. Howie kommt nach rechts, Dimo. Howie kommt nach rechts. Nee, da kommt kein Howie. Doch da. Doch da. Ich hab wieder Ulti. Ich ulti jetzt die Bellica. Ja, aber das ist voll deep, Alter. Das ist... Go! Yes. Oh Gott. Ach, das ist halt. Ach, das ist Crunch? Das kommt mir nicht. Oh Gott. Alter. Ich muss raus, ich muss raus. Mach ne Gangbang-Party hier. Alter, guck mal, da ist so ein... Wie an Lack hier. Der Howie ist one. Ja, hab ich gesehen. Ich muss raus, Dimo. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Da kommt noch einer. Ja. Hold fast. I will return. Wir fahren jetzt mit dem Chimera. Warum hat eine Chimera jetzt grad zwei Leute gekillt? Ähm. Was brauche ich denn? Ich habe ihn mehr glücker als Verstand gehabt wieder. Ne, das war einfach Feed Engage. Das war einfach Feed Engage. Ich hab schon vorher gesagt, das ist viel zu deep. Die länger man chaste, desto wahrscheinlicher fickt der Gegner dich. So, jetzt ist hier der Crunch, der macht unseren Jungle. Wir können reingehen. Ja, ich geh auch in den Crunch. Kannst du den nochmal knock up'n oder so? Ja, wären wir dabei gewesen, hätten wir auch den Fight machen können. Der Howie war ja, der hatte ja 10 HP gehabt. Ne, der war zu dem Plan zwar. Der war zu dem Zeitpunkt noch full live gewesen. Ja, aber du warst alleine mit mir. Der Fatal war weg und da kam ein full HP Chimera und ein full HP Crunch. Da hat uns, da fehlt uns der Schaden. Waren da einfach zu deep gewesen. Howie bekommt mit dir? Als hätte der Fatal nicht Schaden genug, alter. Ich schade genug. Gibt drei Items halt. Äh, so hab ich das nicht. Geh mal nach vorne, die kommt die, alter. Ich hab in zwei wieder Ult. Ja. Wenn dann... Ich helfe dir nicht, alter. Achso. Ich hab in den Boot. Jetzt. Ich setz mal kurz ein Boot. Ja. Ich auch. Oh, die Minions. Oh, die sind auch tot. Oh, ich ulti mich. Ich ulti den Boy. Ey, du bist zu deep. Ich bin ganz weit weg. Ich ca. Achso. Ich dachte ich will bemerken. Ja, der macht mich. Das hast du auch in schweren Offenausgesucht kannst du. Ja, der hat auch schon ein bisschen schließen. Wie kommst du so klar mit den Hooks? mittelgut auf der lane ganz okay aber ich habe halt kein feeling dafür wie weit der hook geht ja kenne ich ja schon ziemlich weit ich finde es ist voll ultra schwer den zu predikten voll ultra schwer sagt er wir haben schon wieder also raptor ist weg und so fahren haben wir echt zu wenig alle ersten crunch der raptor ist hier mal in den dschungel okay er ist weg lanza erst die ult dann hast du im anschluss eine freehook sagt der potzebengel dann q und dann e und er schmilzt wir haben jetzt den raptor gewordet ich habe in 5 wieder ult inzwischen steht unser tower noch nach einer viertelstunde Achtung oh gott was ist denn hier los lol ich hab ihn nein oh der hatte ich geholtet warum sind denn vier leute hier wie geht denn nicht dass hier vier leute sein können weiß ich auch noch die machen jetzt wieder raptor und unser team ist da wieder nicht da wenn ich nicht stil hast du noch urli ja aber hier ist noch ich komme nicht raus ja ok dann nicht ja der ist weg ihr habt doch richtor und fey und crunch und keine ahnung wir waren nur crunch und fey und die waren sofort dort ich geh nicht in viele leute rein seit wann das denn seit wann das denn ja nur wenn du wieder hier bist gold buff alter ich habe schon wundervor um die so angesprungen kommt mhm straße oder so die machen schon gold buff na ist schon weg da ist ein chimera ja da ist ein chimera ja da ist ein chimera ja da ist ein chimera ich geh mal zu den riverboss fey nicht er ist ein franziger okay mit den water mini primer aber ja die müssen die jetzt nicht in zu platzen die ich bin jawohl so muss es sein die nur die merken das tod an sie sich willst du doch nochmal drauf ich habe noch ein schild ach ne ok ich komme auch nach rechts ich komme auch nach rechts ja jetzt jetzt ach ne Kann ich dich schieben, Faye? Können wir nicht da liegen? War das ne Ult? Fort Ult Haben wir. Sehr gut. Widerstehen, Alter. Da kommt noch wer. Ein Crunch war da gerade im Dungle. Ja, da werden wir gar nicht viele Leute. Ich glaube, der geht nicht da rein. Doch, warum nicht? Das war ne Grußwoch. Ja, wir pushen jetzt schnell den Tower mal. Ja, ne. Wir haben zu wenig Minions und der Crunch steht da drin. Ja, ich mach auch. Der ist Digger, der ist Level 13. What the fuck? Was ist denn das? Ja, ich muss raus. Ja, ist raus. Ja, das Base. Ba-Ba-Base. Anderpass jetzt auch in der Mitte, die rotieren dann gleich zu dir, ne? Ja. Schluck mal gegen, äh, bau mal irgendwie Tainted Armor oder so. Gegen den Crunch und gegen den Chimera. Bestes Item. So. Wie so'n Haufen Schrott, der überm Boden zieht, wenn du Double Dash machst, ne? Der Crunch? Oder... Ja, aber ist irgendwie lustig. Ich mag sein Sound... Sein Sound-Design. Wir wollen jetzt unseren Team. Ich komm nach rechts, hab wieder Ulti. Was soll ich bauen auf dem Rektor? Ah, egal. Ented, Attented Armor. Gehst du den Ref? Oh, willst du ihn hier im Jango? Dann go. Na, zu spät. Fade? Hast du noch Gold? Sehr gut. Ja, lol, das sieht von cool aus, wenn die sterben. Die lösen sich so... Au, das hab ich jetzt das erste Mal gesehen. Geil, ich hab jede Mine mitgenommen. Boah, lecker. Ja, ich auch. Komm mal... Ich brauch mal... Ich brauch mal... Bei Meadowbuff, ähm... Protection vom Crunch. Fuck, Alter. Wie schnell ist denn am T2? Schnell. Bist du, Dimo? Gehst du mal weiterzahlen? Lass den Goldpuff holen. Wo kommt er jetzt? Ach... Ich komm mal nach links, ja. Ich komm... Ich komm mal von hinten drauf, Dimo. Bate den mal. Achso, warte mal. Der ist weg. Ja, okay. Naja. No, der ist rausgeflasht. Geht der Greenbuff? Ja, dann hinterher. Ja, dann direkt hinterher. Ja, scheiß drauf. Komm, lass den Goldpuff holen. Okay. Aber er hat Flash raus. Oh, da kommt aber noch... Der kommt, die kommt. Du kannst weg. Die kommen hier noch. Okay, okay, okay. Flaschen. Spaten, ich hab ne Hole in dir. Und du auch, oder? Okay, jetzt machen sie... Ne, die machen gleich was. Dann nehmen wir den Green, wenn der noch lebt. Nee, 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 nee. Ja, kommt auch kein Arrow. Nee, komm raus. Ja. Ich muss in die Mitte. Nach 300 Gold für mein nächstes Eis. Mitte, Mitte, Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Lager ist der Crunch. Ey, ich muss aber... Einer muss... Ich helfe... Ich helfe... Ich helfe... Richter. Was? Ich helfe Richter. Einer muss... Äh, 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 äh. Alter, was? Crunch, du seid mit. Ähm, Leute, die machen... Ich, Alter. Die machen den rechten Tower und dann ist Raptor wieder ab. Ihr Power, Crew. Ja, wir müssen uns komplett treffen. Ja, warte, ich... Ist du ready? Oh, ne, der Tower ist weg. Aber wir müssen wenigstens den... ...den Raptor contesten jetzt. Du bist der dritte. Ja, jetzt zu Raptor. Geh auch zurück. Ich hab jetzt auch schon Armored ready gegen den Kai und gegen den... Ne. Also, ich brauch ne Frontline. Ja, wir sind... Frontline steht hier. Demo, komm. 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 Komm, 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 komm. Warte, warte auf den Fatal. Links pusht der Crime. Ja, wir sind vier gegen... Go, go, Raptor. Mach mal Rewards hier. Demo, komm ins Pit und stell dich auf die Mauer oben drauf. Ich mach kein Smite für dich. Ja, das ist sehr perfekt. Ich geh zwei dafür. Genau. Hier geht's zonen. Sehr gut. Okay, so. Da ist ein Howie in der Mitte. Ja, aber wir müssen jetzt... Ich geh base. Ich geh base. Okay. Wir lassen uns mal in der Mitte noch nehmen. Oder nehmt noch den anderen T1 Tower bei euch. So scheiße. Das war jetzt teuer. Alter, T2 versus... Aber der Hina hat mich eigentlich... Eigentlich ist es egal, weil der T2 ist... Wir müssen das mit der T1, weil ich glaub jetzt funktionieren ja trotzdem. Kommt hier. Ja. Rektor, ich bin unterwegs, gah? Oh, hast du noch? Schönen, schöner Huck, schöner Huck. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Junge. Battle hast du? Ja. Komm, keine Minions. Schön. Sehr gut. Okay, aber ich hab schon mal Anti hier. Rinker innen. Rinker innen. Schon wieder, Alter. Jaaaa. Hast du den Quasch, ne? Aber habt ihr keine Minimap? Jamme, jamme, jamme. Jaaaa. 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 Das ist wieder da. Goldmuff ist ab. Nee, die geht's arm schon. Vielleicht mal Prime langsamen Warden. Ne Camera sollte langsam in der Lage sein. Ja, kein Damage. Ja, Kamera von denen, kein Damage. Also, Prime, wo ich letztens Camera gespielt habe, mit drei Items. Egal, der hat drei Items fertig. Jaa. Der zerfickt dich. Da warst ein Blatt bei mir, weil ich hab einfach gar kein Damage gemacht. Das ist Schande. Mit dein Skill. Ja, drei Items und mach 80 Damage. Lander, du bist sehr weit vorne, gell? Rotier lieber zum Team. Komm jetzt. Können wir die debaten irgendwie? Der ist ja, da ist er schon. Jaa. Jetzt kommt der Chimera. Da ist die Chimera hier. Lass mal auf den Fuchs in der Mitte. Jaa. Mach mal Arbeit. Nee. Ich bin der Crunch. Wenn wir den Crunch im Nacken haben. Der Camera ist jetzt auch wieder weg. Der wollte den Fatal killen. Gut, ich geh mal links zu die Wafer nehmen. Pass auf, da kommt der Crunch zu euch, ne? Oh, lol. Okay, ich hab nicht gesehen, dass ihr noch dran seid. Sehr gut. Woll, Alter. Spasse. Ich hab kein Schild. Da, Crunch. Oh Gott. Komm, geht raus. Geht raus, geht raus, geht raus. Rein da, rein da, rein da. Ey, Digga. Der sagt, der geht raus. Oh Gott, gleich hinter uns. Wollt er mehr? Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Wolltest er wohl an? Nein, ich schaff's nicht mehr. Danke. Jo, Alter, der ist ja... Was war denn das für eine Atomexplosion? Ja, mit Blind Dammit dazu. Prime machen sind drei tot. Ah, scheiße, Sparrow ist tot. Ja, komm mit. Prime oder nicht? Nein, 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 Sparrow ist tot. Ich hab noch eine Carry. Ach so, scheiße. Damn, Minions. Ich geh die Dohlen annehmen. Okay, jetzt müssen wir rausgehen. Was? Crunch macht uns. River buff, holt mal einer den. Oh, ich hol den anderen. Wir haben das jetzt schon. Base, Alter. Ab, ab, base. Ich brauch ein bisschen... Ab, 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 base. Brauch ich Durchdringung bei den Gegnern eigentlich was? Sonic, du... Sonic, du... Sonic? Sonic, baum mal bitte Tainted Armor. Was ist denn Tainted Armor? Ja, das reduziert die Heilung von Crunch und Chimera, Alter, die... Tainted Bastion, oder was? Ne, Tainted Bastion ist gegen magisch. Du brauchst Tainted Armor, das ist gegen physisch. Weil Crunch und Chimera physische Helden sind. Okay. Zumindest ein Tainted Armor sollte man haben. Ist der Gold noch da? Ne. Komm da bald wieder. Macht euch langsam mal ready für Rap. Ja, stell mal ein Ward dahin. Hab ich. Vielleicht könntest du als Support auch mal versuchen, den Blue zu Warden von denen. Ne. Wo ist meine... wo ist meine Sparrow? Hier bei mir. Okay. Einfach fremd gehen. Hier ist ein Gold-Buff, ab. Mhm. Temp-Ulti, ab. Fake kommt auch mit. Oh... Links locken wir gegen uns, ich muss nach links erstmal. Okay. Bate die Mache. Camero, Camero. Crunch? Camero ist hier. Was? Okay, hat geflasht. Camero hat geflasht. Das ist schon mal wichtig. Rector, du musst links bleiben, du kannst jetzt nicht bis zum Ripping kommen. Ich weiß ja. Ja, der Crunch war aber der stärkste von denen, wenn der nicht. Ist egal. Hast du was? Ja, Crunch bleibt auch hier, ja. Ja, wir können starten. Komm! Alter! Alter, du bist wie eine Dampfwalze da drüber. So, jetzt können wir... Komm Raptor, go. Ja. Warte, der Ding ist jetzt noch hier. Fuck. Mach der mir Schaden. Alter, das ist der dicke Raptor, ne? Ja, warte mal. Hinter uns ist... Komm noch raus, komm noch raus. Wo ist es raus, raus? Lol, der hat mich... Oh, hier ist mal, ja? Da oben ist nur der Revenant. Ja, der ist hinten daneben. Scheiße. Ja, der Jungler ist jetzt tot. Jetzt können wir. Ey, ich bin U-Law längst, ne? Also... Ich geh back, oder? Ja, dann gehen alle back, weil Mitte ist auch... Mitte ist auch wack. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Komm raus. Komm raus. Ja, jetzt ist... Ist halt keiner weggegangen jetzt. Ist ja in the back. An allied inhibitor is down. Oh, Alter. Es sieht aus, Crunch gegen Crunch. Was tainted? Guard. Okay. Ja, der Crunch ist treiler wie bei mir. Ich hab ihn trotzdem fast gemacht. Ah, der Demo killt ihn jetzt. Warte mal. Ja. Wie spielt sich dein neuer Patch? Gut, find ich. Also... Bisher hab ich noch nicht viel von den neuen Items gesehen. Es ist kein Raptor geworden. Ach, die. Wir machen den Raptor, aha. Ähm... Bache, du devst du links? Oder... Zoll ich devfen? Ja, kannst du machen. Dann geh ich zum Reps. Links? Achso, ja. Ja. Ah, Fatal is tot. Das sind mal zu langsam, oder? Ding ist fast tot, Cowwee. Kann ich mir vielleicht. Aber die müssen ihn aufhören. Die müssen ihn aufhören eigentlich. Die kann man nicht viel leben. Howie muss weg. Nee, die sind noch dran. Oh, der ist ripped. Crunch is missed, Crunch is missed. War ein schöner Hook. Crunch von zu euch noch. Pass auf, sonnig. Ja, egal. Die haben aufgeräumt. Das ist gut. Bist du am Rumble hin? Ja, ja, ja. Okay, auf den drauf. Boah, fuck macht der Schaden. Das Crunch in der Mitte kommt mit Bedingungen aus. Mach den Revenant. Der macht so viel Schaden. Krass. Schöner Hook. Sehr gut. Ja, der sind... Oh mein Gott. Äh, ihr müsstet eigentlich Prime machen. Mitte, 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 Mitte. Ja, ja, Goldmitte. Ja, Moment, du musst das mal heilen hier. Nein, 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 nicht heilen, nicht heilen. Nicht heilen, nicht heilen. Nicht heilen, nix heilen. Pst, pst, pst. Darf ich mal einen Heiltrank nehmen? Nein. Einen Heiltrank. Moment, Leute. Nicht zum Tower laufen. Der Demo muss dann Heiltrank nehmen. Nicht der Fick. Könnt ihr finishen? Ne, könnt ihr nicht. Dann geht weg. Ne, Audi kommt gleich wieder. Keine Ahnung. So, jetzt nehmen wir die Riverbuffs mit. Vielleicht noch der in den Jungle. Ja, holt den Blue und den Red. Ja, der Red ist weg. Geht direkt zum Blue. Geht direkt zum Blue, Demo. Fuck. Das dauert zu lang. Lass einen mehr in den Stehen. Jetzt hätt's den Blue noch machen können. Okay, was kaufe ich denn jetzt? Und Riverbuffs mitnehmen. Die sind jetzt alle abcrushed in zwei Sekunden. Ja, mach den. So, jetzt mach mal wieder Schlange. Ups, lol. Alter, ich hab diese komischen Springer Stiefel gebaut. Geil, Alter. Damit hab ich ihn auch gespürt. Ich bin jetzt ein Nazi, ja. Man hat gefühlt gar kein Damage. Ich weiß nicht, ob ich lieber Fireblastung noch bauen soll. Harry, du darfst ja gerne den Red. Hey, du sollst kein Damage machen. Du sollst Tanki sein. Oh, hier ist noch einer bei mir. Wo ist denn bei dir? Ach da. Jo, ich komm mal zu dir, Lanza. Rotiert du lieber mit dem Team. Ich def gegen den Crunch. Und dann, ich glaub, das ist sinnvoller. Oh. Oh, hinter euch. Oh, shit. Alter, der Sound gibt alle. Sind beide tot. Drei tot. War da was? Prime machen. Oh, shit. Lass links pushen und Prime machen. Leute, was ist denn gerade jetzt passiert? Ich hatte was geultet, was gehobt. Das hab ich gesehen, ja. Dann kam einer Pfeilchen. Leute, Prime? Ja. Wir kommen alle zum Prime. Warte mal, Mitte ist ein Revenant. Ja, scheiß drauf. Beschäftige den mal. Wir machen Prime. Okay. Schussblocken. Alter, ich bin einfach die ganze Zeit full live, gell. Hinterher, das ist ein Victor oder ein Crunch hier. Oder der macht mich. Leute, ich bin irgendwo hingesprungen. Mach weiter Damage. Ivo. Ivo. Ich muss mich übernehmen. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Komm, Revenant. Revenant unter euch. Komm mal. Könnt ihr mich nicht beschützen, Alter? LOL. Der sind die. Alle, wir sind die. Alter, lass links pushen. Ich, ich darf rechts. Okay. Alter, ey. Nein. Keiner. Ne, meier. Nehmst du die Revenant anst dir? Ja, Dimo, ich hab den Revenant gesehen, aber ich kann dir da nicht helfen. Ich kann dir nicht stunnen oder so. Die müssen die Crunch. Die kannst du auch stunnen. War gut. Ja, ich hatte aber keinen Knockup ab. Knockup ab. Ich bin den, ich hab gesehen wie der um die Ecke kam. Ich bin sofort auf den drauf. Knockup ab. Der Fehler war, der Fehler war einfach, dass du den OP getankt hast. War halt keiner mehr da. Ja, ich sollte den ja weitermachen hier. Nee, das war, das war Fail. Eigentlich hätte ich den machen lassen. Was baue ich denn als letztes Item noch? Oh, hier ist der Crunch wieder. Ihr müsst Crunch helfen. Crunch muss da raus. Ich baue mal Frost Guard, oder? Oh. Scheiss, können wir aber runter. Fuck. Alter. Zu kleine Nutte. Ah, komm her, Junge. Raptor ist gleich wieder ab. Wir haben noch Prime. Alter, dieses Springer, Springerstiefel. Wir haben unseren Innebauch wieder. Ah, Lanzan. Nee. Immer wenn der Raptor up ist. Stimmt. Alter. Steal, wie beide? Hast du Ulti? Yes. Kannst du aber auch oben auf dem Bildschirm sehen. Ich brauche einfach eine 2-3-Mann-Ult, dann... Bleib mal hier. Hier hinten stehen. Hier hinten. Wenn die kommen, wenn die kommen, alle... Die kommen alle. Ja, da ist schon der Erste. Ja, okay. Rift. Kannst du dir nicht helfen. Ich bin ein bisschen lappen. Der ist innen geultet, Alter. Lass mal raus hier. Die kommen hinten oben, ja? Ja, der Raptor ist... Der ist Mist. Ich verstehe nicht, warum meine Ulti... Weil seine Ulti weg ist einfach. Nur weil es nicht hattenreich ist, oder? Sonst würde der einfach sterben. Sollen wir da noch was machen, oder? Wir haben eigentlich Prime, aber... Das ist aber der Unwichtige. Wir haben... Wir haben... Wir haben mehr... Sonic. Was? Sonic. Beim nächsten Teamfight, wenn der... Wenn wir sowas machen wie Raptor oder so, dann... Lass... Lass mich den Gegner chasen, und du beschützt den. Aber das war jetzt wieder das Beispiel. Wir waren irgendwie alle alleine. Es macht mehr Sinn, wenn der Steel irgendwie den Revenant fernhalten kann von dir als ich. Wir müssen Rupen und einer Split pushen. Und am besten Faye macht Split push. Und die anderen sind alle zusammen. Hey, Split push? Ich hab keinen Escape. Was baut man denn hier noch auf Steel? Was ist denn noch krass? Was ist denn Slow? Ich glaub ich bau mir noch äh... Ich gegner kein Mera Crunchy. Alles klar in Slow. Ich bin hier angesprungen in alle drei Sekunden. Crunchy. Double Dash hinterher. Aber wir brauchen den... Den Richter M5, bist du? Ja, und wir brauchen auch den Demo. Im... Jungle beim... Ah, fuck. Leute, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht... Ja, ja, nicht baiten. Nicht. Richter, gehst du nach links? Oder sag ich? Manche im Jungle jetzt? Geh du bitte. Geh du bitte. Lesen Crunchy. Oh, fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine... Zurück, zurück, zurück. Ich komm nicht weg. Wir haben keine Vision. Stopp. Nee, der... Nein, der... Nein. Alter, ich krieg sowas. War noch faul. Ich muss rausholen. Geil, Alter, ich bin tot. Ja, okay. 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 Ja. Ich brauche mein Auge brennt. Hm. Schöne Ulti. Schade. Alter, das war echt... Ah, die sind jetzt lau. Die müssen jetzt backen. Äh... Die sind so lau. Mach die Drone da weg. Imo. Imo. Imo im Tower. Die ist schon lange weg. Okay. Ich hab in 15 wieder Ult. Boah, wär das geil, wenn jetzt mit Steel so eine 4-Mann-Ult und die Sparrow zonnet einfach ihre Air. Hey, wer ist jetzt bei Sparrow? Wer ist jetzt bei meiner Ulti? Alter. Yo, der macht so viel Schaden. Warum bist du nur da jetzt reingegangen? Ja, hab ich doch gesagt. Ich dachte schon, warum? Damit wir die killen können. Wir sind zu zweit, Alter. Ja, die sind doch alle fast tot. Der... Revenant ist full live, by the way. Ja, aber die anderen beiden. Ja, links. Die sind dann mal ein... Egal. Egal. Dann schießt er nicht drauf. Der neue Hälfte. Da muss man hier... Ja, bei meiner Ulti hätte er noch als Steel Ulti gebraucht. Ja, das wäre... Ja, wir müssen schon nur auf die Fae und auf die Silvaten befolgen. Ja, ja. Sonst macht das keinen Sinn mehr mit. Kombo-Kombo und dann... Dann gewöhnlich. Ja, aber es steht halt immer irgendeiner irgendwo vorne und dann wird er wieder gecatcht. Dann können wir wieder gar nichts machen. Dann machen die wieder ein Raptor. Das ist doch immer dasselbe. Fünf. Fünf. Schau mal hier an die Seite noch ein... Ich geh den rechten Jungle Borden. Oha. So, wo bekomme ich denn jetzt hier Farm noch? Fünf. Ich hab 62. So, lass mal zusammen groupen. Jetzt kommt man in die Mitte. Jetzt müssen wir eher alle zusammen back gehen und links in die Mitte bleiben. Lass mal... Sollen wir nicht die Mitte hier quieseln? Back, 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 back. Der Crunch ist zu links. Okay. Ich lass dir die Mann jetzt, gell, Spare? Wir müssen unseren Channel besser bohren. Ja. Der Bachi ist schon wieder am fighten da. Der ist hier alleine. Der ist hier alleine. Dann sag doch was. Dann sag doch... Alter. Wie? Ich hab extra ein Board da hingestellt. Fatal. Damit ihr den seht. Hinter dir. Oh, hier. Vorsicht. Ich bin hier auf dem Houser drauf. Nein, nein, nein. Ihr seid alle zu tief. Sehr schön. Ich hab Camara gestunt. Und nochmal hier alle gelockert. Und... Oioioioi. Wo ist denn da noch einer? Jetzt. Ich bin zu wild hier. Hier. Okay, raus. Fatal. Fatal. Fatal ist explodiert wie eine Atombombe. Die hatten wir mit ihrer Ulti... Weg, weg. Weg, return. Also deren Ulti 1200 ist vielleicht lächerlich. Ja gut, dort ist kein Mana, gell? Nee, ich hatte voll viel Mana eigentlich. Ich hab doch nicht hier nicht. 1, 2. Das war überraschend. Grüß dich mal lieber. Hier ist dein Lieblings-ADC. Wer ist denn mein Lieblings-ADC? Crunch raus. Alle raus. Alle raus. Alle raus. Immer gleich wieder was. Wir haben keine Inims mehr, lol. Oh fuck. Wir haben keine Inims mehr. Leute, lass die hier quieseln. Hier die beiden. Wir sind gerade defen, ne? Ja, Sonny, bevor du irgendwo engage guckst, aber was ist das Schaden? Ja, hier waren doch gerade zwei Leute im Tower. Nee, du bist alleine da immer. Keine Ahnung. Hier waren gerade zwei Links. Ich hab's noch gesehen. Ich kann hier die Aufnahme zeigen. Wir waren gerade im zweiten In-Hit. Ja, und dann guckst du in der Aufnahme nochmal, wo die Minions hinlaufen. Richtig. Ja, aber... Das sind nur auf unserem Kern-Diff. So viel Zeit haben wir schon. Eine Welt oder so, hält der schon aus. Das war nicht. Schaden. Ich brauch Schaden. Ähm, Prime. Der Carry ist gleich tot, oder? Lass die Bellica hin. Die ist tot. Ja, sehr gut. Ich hab' ich gekillt. Komm raus, Alter. Mann. Was ist... Was ist... Mann. Machen die, ähm... Prime? Nein. Nein. Aber wraps, oder? Wahrscheinlich, ja. Und der hier will Sideshinden. Ja, der will Sideshinden. Der könnte sich mal gewinnen. Scheiß Schinden. Wir müssen alle gleich... Irgendwie wegwieseln. Dann lass uns doch... Ja, komm weg, Timo. Ich kann mal versuchen, reinzulunken, aber... Nee, da ist noch ein Crunch. Wenn du jetzt auch wieder tot bist. Oh, ein bisschen cool, hier. Mach dich mit in der Front. Ah, jetzt weg. Weg, 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 hier. Können wir noch ein Ward beim Prime in den Pitch stellen? Ich hab' noch auf dem Cooldown. Wir haben bitte nur ein... ...movement-starker Held. Machen. Da ist kein Ward dabei, gell? Ich hab' ein Ward. Braumhaft. Sag mal Spread schon auf Deutsch und gibt es da Rank? Äh, nein und nein. Die sind bestimmt nur im rechten Jungle, eins von beiden. Äh, der ist ja jetzt links. Wir müssen jetzt allerdings, wir müssen jetzt allerdings. Wir haben keine Chance, uns zu fallen. Na komm, Timo. Ja, Mera ist alleine am Prime. Naja, der schafft ihn doch auch gut. Nee, der ist nicht alleine. Ah, okay, jetzt sind alle da. Ja, das, bis wir da sind... Ja, schade. Ah, wir sind weg. Mosse. Ja, das war's. Battle-Plots jetzt auch noch. Ja. Sind unsere In-Hip-Stone. Gott sei Dank, dass wir jetzt gereicht. Warum seid ihr jetzt cool gejumpt? Ja, weil wir denn... Du hast sogar kein Smeid, wir willst ihn kriegen. Fadl hat auch kein Smeid. Mit... Indem mein ich eh das Ding wegflickt. Oh, da links, 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 links. Leute, die haben keine Minions. Ja, warten sie auch. Ist das denn hier ernst? Sind doch... Ist doch kein Tower ohne Damage mehr. Ja, aber die machen doch kaum Schaden da dran. Mit dem? Ja. Ja. Mit Prime reicht das. Na ja, und das ist... Demo, bist du ready? Der holte dich. Ich holte ihn. Kann nichts machen, ich bin alleine. Jetzt einmal backen wieder. Jetzt wieder zwei Kissen. Er ist weg. Ihr müsst euch ein bisschen links helfen. Ihr müsst euch einmal links... Links ist schon weg, ist weg. Oh gut. Nein! Ich bin auf die Linie getreten. Alter, ich habe viermal einen Knock-Up gehabt. Zweimal. Das sah gut aus. Schön. Schade, ey. Die haben... Das ist einfach zu krass, dann der Gegner mit Orpfein. Da kannst du... Ja, mit dem Drachen? Das ist echt ne geil. Wir gewinnen noch. Schade, Schokolade. Ach, ja. Was soll man da sagen? 10-4, der Demo. Krasser Typ. Hat er einmal einen ordentlichen Supporter dabei? Schon läuft. Warte, der größte Feld, glaub ich. Ich will ihn.